Hallo? Hallo? Jetzt nehmen wir ihn direkt da hin, oder? Weil er noch ein Schaden hat. Schrott! Boah, Alter! Was stellst denn du dich auch da hin, ey? Meine Herren! Ja, es gibt doch ein Achievement dafür, dass du es mal nicht einzulisten tötest. Ja, sag ich schon. Zehnmal oder so. Fantastisch. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich dich doch mit dem hier in den Gesicht stelle. Entschuldigung. Ja, Eintun zerstört. Ey, jetzt lass dich hinzufügen. Sack. BAM! 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 Und schon! Schleckt allein hier, wenn ihr wollt! Dann geht er nicht. Dann tue ich mich halt. Okay, okay, ist ja gut. Keine Gewalt, das führt doch zu nichts. Puh. Dann fähre ich die Tankstelle hier. Ja. Lassen die alle mal ihre Busse rumstehen. Nein, was soll denn das? Der ARC-Reaktor liefert der IDF Strom. Wir sollten den Komplex zerstören, um sie auszuschalten. Der hier halt mich noch auf dem Weg. Ist das der ARC-Reaktor? ARC-Kraftwerk, gern, genau. Ja. Ja, ja, bin ich schon dabei. Die IDF hat einen Konvoll zum Industriepark geschickt. Schnapp dir eins der Fahrzeuge und fahr zu einem Unterschlupf. Ich bin ja in den Bad Van, das ist ja nicht mehr normal. Das ist doch okay. Ach, wisse, was? Das Auto ist doch stabil. Okay, dann halt mit dem Auto. Naja, schießt schon ein bisschen. Ja, dann kommst du ja nicht! Nein, fuck! Ja, ich bin ja nicht. Ja, ich bin ja nicht. So, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Okay, komm. Das ist doch so. Ich bin ja nicht. Das ist doch ein bisschen. Oh, hä? Was schießt hier? Du bist ja nicht. Oh, hä! Sam, ich habe gerade eins dieser Fahrzeuge gefunden, die du suchst. Ja gut, okay, dann fahren wir erst mal das Auto weg, Schiff. Fahrzeug zum Unterstopf bringen. Alter Fahrzeug, Schiff. Ach, das prescht hier einfach durch, oder was? Okay, muss ich ja merken, die Autos sind sehr hoch. Gut, gut. Nein, keine Fehler. Ich bin doch so perfekt. Nein, was mache ich, Idiot? Hier, lass mich mal durch. Fuck, Mann. Lass mich hier durch. Das ist nicht gelb, wie ich sagen. Oder, ne, das ist nicht gelb. Das ist scheiße. Ich würde jetzt nicht sagen, dass gelb in das Schiff ist, wenn das spürt. Ja, das ist nicht. Nein, hoffentlich haben die das mit einbeugt, dass das mal passieren kann. Boah, da die Sonne war. Nicht zu sehen. Boah, Alter, von überall. Übertreibst du nicht immer sofort. Alter. Alter, das ist ein Scherz. Alter Vater. Okay. Jetzt doch mal mit Sinn und Verständnis mal ganz ruhig. Äh, ne, so. Ich möchte das Auto. Das ist nur alles grün. Und gefahren, du beobachtest. Alter, du hast ja Fahrzeuge gefunden, die du suchst. Pass hierher. Ich sende dir die Koordinaten. Alter. Boah, was ein Behindert da. Der sieht, dass das wichtig ist, was ich mache. Hoffentlich. Was ist euch jetzt? Das wird nicht verarschen, ey. Wird das nicht wirklich neu starten? Boah, Mann, jetzt geh da rein, du Behindert da. Ja, ich hätte schon mal vorher vergessen. Ich möchte mal wenig Leben, das Ding nachhalten. Ja, fahr doch. Der fährt nicht mehr. Ach so, wenn der so demoliert wird, dann fährt er nicht mehr. Okay, ja, boom. Kein Kommentar. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich mach das. Ich mach das. Okay, jetzt muss ich dich hinsetzen. Jetzt kannst du mich fischen. Sam, ich habe gerade eins dieser Fahrzeuge gefunden, die du suchst. Pass hierher. Ja, ich sende dir die Koordinatoren. Das ist gut. Das ist gut. Ja, ich sende dir die Koordinatoren. Den leg ich mich gar nicht an. Dann fahren wir jetzt mal ganz sneak vorbei und auch bis nicht in den Schaden. Ich sparen das schon immer gewesen, ey. Okay, wir haben es geschafft. Gut. War doch gar nicht so schwer. Nie, eigentlich. Das ging aber schnell. Danke für die Hilfe, Mason. Die Karre ist doch schon so gut wie im Arsch, ey. Was will die denn damit? Ja, oh ja. Obst, ob sie keine Barschrat, 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 Barschrat. Haben wir jetzt genug? 163. Sag mal, könnt ihr mich nicht mal anständig bezahlen? Ich mach hier jede Scheiße und da will ich mal ein bisschen was sehen von. Also. Nachrichten von der Erde. Der Verteidigungsrat der Erde hat das Maßenteignungsgesetz ratifiziert. Das Gesetzespaket erklärt alle Schenkungen von Land und Ansprüchen darauf, die vor 2101 gewährt wurden, für ungültig. Was 90% der Ländereien betrifft, die derzeit in privater Hand sind. Der Rat erwartet, dass diese Massen die industrielle Entwicklung und Infrastruktur des Planeten fördern. Nach dem Verbot des Einsatzes... Was, jetzt kommt irgendwie so eine Meldung, wie das Amerika die Welt übernommen hat, oder das Russland die Welt übernommen hat, aber nein, die müssen es nicht so. Es geht um den Mars, bla bla. Hm. Schweres Gerät verteilen, die das Gebiet in die EDF-Truppen. Das können wir wohl tun. Wie wäre eine Hauptmission, aber nein, noch nicht. Scheiße, vielleicht hätte ich da erst mal einen halt. Oh. 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 Okay, scheiße. Ich fühle, dass da einfach mal richtig geil zu laufen, ey. Ah. Ja, super, jetzt ist das Auto da und... Alter, hallo. Hier ist nicht alleine. Was schön sind die, die EDF-Fahrzeuge. Ja, fahrten wir erstmal rein, Leute, oh man, scheiße, ich schieße jetzt erst mal, boah, Alter, das ist so gefährlich hier rum, zwischen diesen sechs, sechs, sechs Dingern, stecke mich halt hier, hilft mich nicht, oh Gott, hilft mich, du. Hilfe, kann ich hier hoch, kann ich mich hier verstecken, einfach hingeflogen, okay, ich habe jetzt einen Plan, ich habe einen Plan, ich gehe jetzt auf den, da ist einer Leiter, ich gehe jetzt einfach auf den Turm hoch und schieße von oben, das wird es sein, was ist denn das hier, wir machen uns bereit, diesen IDF Außenposter zu überfallen, jemand muss sie ablenken, damit wir uns reinigen, ach, hier ist ein Mech, sag mir das doch eh, ja, Mann, ja, pff, da dann, boah, ja, ja, da kommen wir schon, der sagt das doch eh, na, boah, ey, ich bin wieder voll blind gewesen, kommt doch her, ja, ja, genau, so, das war mal ein Turm, das war irgendwas anderes, oder? Alter, ach, ey. Boah, mal, Alter. Boah, der dreht aber echt langsam. Ja, weiterfahren, ich fahr ja nicht mehr. Hätt doch stehen, hallo. Ich höre jetzt hier sehr genau. Ich höre jetzt richtig geil weg jetzt wieder. Was war denn? Ne, hä, was ist denn? Hinten geflogen? Schützt euch einfach. So. Oh nein, was, ey. Boah, da gibt's für mich, das gibt's. Bum, bumm. Ein Panzer! Warte, du Feigelstück! Bleib jetzt hier. Hier. Ja, kaputt, Alter. Ja, auf mich konzentrieren, die konzentrieren sich ganz schön hart auf mich. Alter. Was hab ich getan, ey? Geil. Sehr gut. Na klar, tue nicht. All das, ein Gegner und der Mech, die spawnen einfach. Geil, also die Mech-Off-Regeln, du machst dich geil. Uiihihi. Da vorne hab ich gar nicht gewütet, ey. Was ist denn los, ey? Sieht voll geil aus, wenn man jetzt hier... Hä? Ich würde jetzt sagen, ich verpisse mich jetzt an. Ey, ich hab's da markiert, was soll das? Hallo. Das, ja. Was geht denn ab? Okay. Zeig dir mir keinen Weg mehr an. Strange. Mensch. Weil das so nah ist, oder was? Die müssen wir denn kaputt machen. Du musst dein Ziel sorgfältig untersuchen. Beobachte und analysiere. Ja. Was denn jetzt? Da unten? Hä, wie? An dem Gebiet. Hallo, ja. Ich muss ja wieder dich hoch. Hallo. Ah. Wie geht's das so? Wiiiih. Ich rutsch jetzt alles da runter. Und dann schieß ich da drauf, dann soll das ja alles explodieren, oder wie? Okay. Das war so. Keine schlechte Idee. Nein, mach bitte nichts kaputt. Braucht die Röhren noch. Sehr gut. Boah, er füllt wieder ein Schnürchen. Hoffentlich klappt das drauf, so wie ich mir das denke. Und echt unten. Okay. Gut. Gut. So. Nein, hier, frei. Hä, wie? Wie? Hä, wie? 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 Das Ding soll das ja kaputt machen. Zerstören Sie das Gebäude? Ja, wie, wenn ich da nicht raufschießen kann? Ich komme doch nicht weiter. Was soll ich machen? Hä? Was? Noch einmal. Finde die Schwachstellen der Konstruktion. Und dann nimmst du eine wirklich, wirklich große Bombe. Also. Ich sage erst mal ein paar reinschmeißen, das ist ja klar. Aber wie denn weiter? Wie mühse ich die denn aus? Ich kann doch nicht mal aus dem Kreis hier raus. Aber ich versuche mal was. Und erst mal kann ich das vielleicht ein bisschen austritzen. Jetzt sollte ich die Rüge nicht mehr nehmen. Ich komme nicht bis dahin. Was ist denn das für ein Bullshit, ey? Ach komm, fuck you, ey. Nur für heute. Also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir speichern noch schnell. Ja, komm hier. Und damit gebe ich zurück ins Studio, wollte ich jetzt sagen. Nee, das ist ja natürlich Quatsch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.